ja nicht erwähnenswert ja jetzt nicht anklicken okay dann halt den nächsten raum erwartet mich da vielleicht ein bisschen mehr belohnungstechnisch oder so oder story-technisch story-technisch scheinbar kuchen und Ja, was hast du gedacht? Harunosuke? Harunosuke? Kamuna Harunosuke, mein Vater. Er war der erste Ong-Mio, und er hat sich in den Fuhjutsu. Er hat mich und ich, und er hat mich gelegt, und er hat mich lange gelegt. Ihr Vater war ja auch hier. Das war der Erste. Er hat sich über die Erste, die erinnert. Bei einem das Fisch-Gamana-Haru-Nosuke, er hat ihn in die Erste Genie gebeten, er hat sich für Sie um diesen Schuh zu trainieren. Aber er hat sich über eine Erste Genie gebeten, Er hat sich über die Erste Genie gebeten. Uae! Er ist ein Genie, oder? Wo, was ich? Lass es nicht mehr als Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich denke, dass es nicht so sehr, was er an der Angelegenheit ist, sondern ich denke, dass es nicht so, dass er, dass es nicht so, dass er, dass er nicht so, dass er. So ist das? So ist das, dann ist es noch nicht so, dass es noch nicht so, was es bleibt. Ich bin der Sprung von Kastner, der Schlechst. Das ist, dass man sich nicht wahrgenommen hat. Das ist, wenn man hier in der Schlechst. Das ist, wenn man sich in der Schlechst. Und wenn man die Schlechst. Das ist dann... Wenn man das Schlechst, dann ist das Schlechst. Das ist das Schlechst. Und wenn man das Schlechst. Dann ist das für Schlechst. Es ist ein Schlechst. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wie meint er das denn? Ach, der Reisende hat wieder sehr viel gedanklichen Austausch, aber er sagt wieder nichts dazu. Und dass es kein Zufall ist, dass Charles hier ist, war ja klar eigentlich. Oh, Prüfung abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, ob das gut ist, aber nehmen wir mal so mit. Das war wahrscheinlich jetzt dann die erste Phase, oder wie? Ah, wir sind wieder draußen. Wurden wir etwa ausgesperrt? Oh, Sarah. Zum Glück ist Charles nicht da, sonst hätte es vielleicht Schwierigkeiten gegeben. Ich meine, wenn man sich das jetzt nochmal durchliest. Diese Dämonen sind gerissen, um gut darin, mit den Menschen zu manövrieren und viel von unserer Zeit zu verschwinden. Das sagt doch kein deutschsprachige Person, oder? Ich glaube, sie meinten manipulieren und nicht manövrieren. Ich glaube, das ist ein bisschen gefährliches. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so mit dem Geist. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so mit dem Geist. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so mit dem Geist. Ich habe nur noch ein paar Menschen geholfen, aber es ist schwierig, wenn ich mich nicht mehr überraschend bin. Herr Kujo, Herr Kujo, ich habe keine Ahnung, aber ich habe viele Menschen gefunden. Ich bin sehr froh, Herr Kujo, aber ich habe mich nicht in der Nähe von Kujo geholfen. Kein Ding, Sarah hilft den anderen, wir regeln doch schon. Kein Ding, Sarah hilft die göttliche Kraft! Das war sehr schön. Ich kann es ihnen erzählen. Ja, Charles hat ja gewisse Vermutungsangehörungen bereits angestellt. Oh ja, das stimmt. Es ist ein Wettrenn gegen Kujo Sara. Warum denn? Warum ist das jetzt auf einmal ein Wettrenn? Also ich weiß nicht, ob ich nicht sonderlich viel von der Story gerade mitbekomme, weil ich irgendwie irgendwelche Zusammenhänge nicht verstehe. Aber für mich scheint die Story gerade an einigen Stellen überhaupt keinen Sinn zu machen. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass einfach die grottenschlechte deutsche Übersetzung daran mitschuld ist. Das ist auch möglich. Ja, Kujo Sara-san, dass er nicht mehr zurückgeht, dass er nicht mehr schuld ist. Und wenn ich mich nicht mehr überrascht, dass er nicht mehr zurückgeht, dass er nicht mehr zurückgeht, dann muss ich mich nicht mehr zurückgehen. Ich weiß schon, diese Aussage kümmert sich immer um die Patienten mit Gedächtnisverlust. Wann hatten wir storytechnisch in Jan schon mal damit zu tun, irgendwie mit einer Person mit Gedächtnisverlust? Also die Übersetzung, die ist echt ein Witz. Das ist einfach nur peinlich. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Genshin Impact wirklich sehr. Aber das ist einfach nur verdammt peinlich. Shin Jan ist dafür verantwortlich für die Hoffnung. Was ist das für ein Deutsch, Alter? Ich für die Entscheidung? Oh, Alter. Das ist übel, Mann. Das ist echt verdammt übel. Ich meine, das Game ist nach wie vor free to play, ja. Aber so verdammt viele Millionen Dollar, Yen, Yuan, Euro oder was auch immer die daran verdienen, ist das effing peinlich. Ich meine, ich selbst kann kein Japanisch sprechen und kann nur Bruchstücke übersetzen, die ich aufgrund von jahrelangen Anime schauen und ja einmal kurz ein bisschen lernen bekommen habe, erlernt habe, behalten habe. Und ich habe das Gefühl, ich kann teilweise den Kram, den die sagen, besser übersetzen als das, was da drunter steht. Also da bin ich echt maßlos enttäuscht. Ich weiß, sie wiederholen mich gerade, aber das ist echt einfach nur... Besprichst du einige zukünftige Handlungen? Ach, da ist er ja wieder. Was ist denn die Kraft der Hütte? Ist er jetzt irgendwie in einem Gartenstuppen eingesperrt gewesen oder wie? Ach, das ist mir. Ich habe das nicht geholfen, weil ich nicht in einem Gartenstuppen eingestellt habe. Wenn ich nicht so, dann bin ich so, dass ich jetzt nicht so. Soll ich mich nicht so, schauke, nicht? Wo ist der Korsi? Wie ist der Korsi? Wunderbar, dass er noch nicht in der Korsi ist? Ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass der Korsi etwas nicht so ist. Musik Ich fühle mich immer passiv. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das war jetzt, glaube ich, der erste Teil von der Story-Quest. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich finde es schade, dass die daraus eine Story-Quest gemacht haben. Oder eine vertonte Quest jedenfalls. Jetzt, wenn ich mir denke, wie viele Nebenquests es gibt, die richtig gut sind, das, das eine gute Beispiel war die, die eine Nebenquest mit dieser Kitsune, die halt hier beim Yogo-Berg so ein bisschen gespielt hat. Die halt nicht vertont wurde. Und dann hast du jetzt so ein Event hier. Und die bauen dann eine Story ein, die sich noch länger zieht als ein Kaugummi. Also, das ist schon echt traurig. Also, ich muss sagen, das ist bis jetzt im Moment die mit Abstand schlechteste, in Anführungszeichen, Story-Quest, beziehungsweise die Dialog-Quest in Genshin Impact, die ich bisher hatte. Mit Abstand, die schlechteste. Bin mir auch gerade nicht sicher. Ich meine, ich könnte jetzt hier noch weitermachen. Aber ich habe das Gefühl, das zieht sich durch, durch alle, durch alle Dinger hier. Habe ich die Befürchtung leider. Achso. Ah, die Krone können wir schon mal holen. Die noch nicht, schade. Ähm. Was wollte ich gerade sagen? Erst mal alles einsammeln. Ach, das wollte ich gar nicht. Okay, hier kann man die komischen kleinen Männchen ausgeben, scheinbar, um Sachen zu verstärken. Ja, ich habe das Gefühl, die Story wird sich durch das ganze Ding hier durchziehen. Durch, durch alle möglichen Prüfungen, die hier drin sind, wahrscheinlich sogar. Das wird jetzt die nächste sein. Genau, das ist... Und, also ganz ehrlich, wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, die Story behandelt das erste Ding hier, damit wir reinkommen in diesen, in dieses Labyrinth oder in diese, in dieses Dungeon. So als Einleitung, okay, ich könnte es möglicherweise, wenn die Story gut gewesen wäre, auch noch verstehen, wenn sie das am zweiten mitgebracht hätten. Aber wenn es jetzt wirklich so aussieht, dass die hier in all den Dingern das durch... In all den Dingern, die die Story durchballern wollen und durchziehen wollen, dann ist das so langatmig. Und ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe, ganz ehrlich. Es dauert ja nur noch eine Weile, bis hier alle offen sind. Und das Event ist ja auch, glaube ich, noch knapp zwei Wochen da. Ja, 14 Tage, 13 Stunden. Ich werde jetzt hier erstmal Schluss machen. Und werde dann in, ja, einer Woche oder so wahrscheinlich nochmal reingucken. Und schauen, ob sich da storytechnisch was tut. Ob sich das, wie gesagt, schon storytechnisch hier im zweiten Teil löst. Oder ob die halt wirklich bis zum Ende durchziehen. Also ich werde es auf jeden Fall durchspielen, das ist klar. Ich werde das auch im Stream wahrscheinlich weitermachen. Auch wenn es langatmig ist. Aber, beziehungsweise später kommt es ja dann nochmal auf YouTube in Parts. Aber ja, ich bin ziemlich enttäuscht, was das Event angeht. Also das ist im Moment das schlechteste Event, was es bisher gab. Wenn ich mich da zurückerinnere an das Laternen-Event, was sie hatten in Liyue. Das war Hammer-Nice. Auch was die Belohnung angeht und so weiter. Oder auch das hier. Selbst das ist halt so ein kleines süßes Neben-Event, wo du eine kurze Einleitung am Anfang hast. Mit Kazuha. Auch schön gemacht. Und ist halt nur so ein bisschen Musikspielerei. Aber das ist schon übel. Und vor allem, was man jetzt auch hier nicht sieht, was man auch bedenken muss, das sind beides Events, die als Voraussetzung haben, dass du die Story-Quest gespielt haben musst mit Baal, wo du gegen sie kämpfen musst. Das ist, glaube ich, auch fast mit das erste Mal, dass das so eine Voraussetzung war, damit du die überhaupt spielen kannst. Das heißt, irgendwie neue Spiele oder sowas, die kommen gegebenenfalls gar nicht dazu, diese Events zu machen, weil sie theoretisch durchrushen und durchgrinden müssen und die ganzen Quests durchskippen müssen. In Anführungszeichen schon fast, damit sie noch irgendwie dazu kommen, diese Events zu spielen. Ich meine, okay, man hat in der Regel zwei Wochen, aber das Schöne an den Story-Quests war ja gerade, dass man die einfach so spielen konnte, wann man will. Es war jetzt nicht irgendwie so, als ob das eine Herausforderung, wollte ich gerade schon sagen, eine Voraussetzung war, dass du eine gewisse Story-Quest abgeschlossen haben musst, damit du großartig an einem Event mit teilnehmen konntest. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade, in was für eine Richtung das gerade mit den Events zu gehen scheint. Aber generell auch seit den Anniversary Rewards, also dem einjährigen Jubiläum, wo ja eigentlich nichts mehr rausgekommen ist, hat Mihui leider eine sehr kontroverse Richtung eingeschlagen. Also ich bin nicht so begeistert. Ich mag das Spiel nach wie vor, ich werde es auch nach wie vor weiterspielen. Mal ganz sofort abgesehen, dass ich viel zu viel Zeit dafür investiert habe und auch ein bisschen Geld, um jetzt da aufzuhören, wo man irgendwie meint, inkompetent zu werden. Ja, aber es ist nicht schön, in was für eine Richtung es geht. Ich würde das Spiel nach wie vor jedem empfehlen, der einfach mal so zwischendurch ein bisschen daddeln will und auch nicht wirklich Geld mal reinstecken will und das auch ganz, ganz Suche, sag ich mal, angehen möchte, so ein bisschen halt Free-to-Play durchdaddeln will. Weil da hast du wirklich eine ganze Menge, eine ganze Menge Story, eine ganze Menge Spielzeit, die du investieren kannst. Ich glaube, inzwischen sind es 30, 40, vielleicht sogar 50 Stunden, wenn man es ganz entspannt macht, bis man alles durch hat. Also da lohnt sich das auf jeden Fall für. Aber, ja, ich hoffe, dass das in Zukunft ein bisschen besser wird. Weil ich meine, bei Honkai Impact, bei Honkai Impact schaffen sie es ja auch, sowohl storytechnisch als auch eventtechnisch was Gutes reinzubringen. Mal hoffen, vielleicht ist es jetzt nur eine kurze Phase und das ändert sich dann in Zukunft. Na gut, aber für das Erste würde ich mal sagen, war es das denn von mir? Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht irre ich mich ja und die Event-Story wird dann nochmal einen richtig schönen Twist erleben und wird richtig gut. Kann es ja auch haben. Kann ja nicht in die Zukunft sehen. Meistens jedenfalls nicht. Und, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.